Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1, die Open Beta. Wir haben sie, gibt's gerade kostenlos zum Downloaden. Wir waren beim letzten Mal hier Conquest und machen heute Rush. Boah, ich hoffe man hört die Playstation gerade nicht im Stream, weil die Schnauf wie so ein Hochleistungssportler, das ist unglaublich. Ist auch ein Riesenspiel, muss man sagen. Ist zwar nur die Beta, aber riesig. Allein von den Maps, von der Grafik her, muss das Spiel echt ziehen. So, wir laden das nächste Spiel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Die Musik auf jeden Fall sehr geil. Die Grafik sehr geil. Vom Spielerischen her, ein Genuss. Und wir starten gleich mal das nächste Spiel. Attack or Defend the Telegraphs. Das machen wir jetzt gleich mal. Hier wieder der Ladebalken als biometrisches, oder wie heißt es? Bionomisches Auge? Ihr wisst schon, was ich meine. Und manchmal habe ich es mit den Vokabeln so. So, hier haben wir Butter, Charlie oder Duff. Wir machen mal die Charlies. Die Charlies nehmen wir einfach mal. Als Support waren wir gar nicht mal so schlecht. Medic. Ja, wir haben noch nie den Matic genommen. Wir nehmen einfach mal den Matic. So, wieder in der Wüste. Sehr geil. So, wir folgen einfach mal dem hier. Vielleicht können wir dem später heilen. Oder dem. So, was gibt es denn hier so Geiles zu sehen? Da hinten geht es schon wieder ab. Da hinten laufen sie mit den Pferden. Oh, oh, Panzer. So, den haben wir. Da haben wir Mildermans. Tut mir leid. Aber das ist Krieg. Hier hat man keine Zeit für Freundschaften. Was? Oh. Sorry, da wollte ich gar nicht raus. So, wir nehmen mal wieder den Matic. Da hinten war der doch irgendwo. Da hat er uns schon wieder. Im Blick. Das ist unglaublich. Nein. Du. Okay, ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Kann sein, dass ich etwas weniger wieder rede, weil ich mega konzentriert bin. Ihr kennt es ja. Vor allem bei Ego-Shootern, wo ich sehr schlecht im Schnitt abschneide. Boah, das ist so übel. Okay. Hey. Genau, starten wir mal einfach hier. Da hinten. Kämmt doch der eine. Da. Ah, schon wieder. Geh mir aus dem Weg. Willst du, dass ich draufgehe? Das gibt es doch nicht. Nein, das gibt es doch nicht. Ich weiß, wo du bist. Kleiner Drex. Das gibt es doch nicht. Ja. Ja. Boah. Sogar Headshot-Bonus. Wenn ich schon campen muss. Oh, da hinten ist einer. So, den kriegen wir. Ah. Da hinten sind sogar zwei. Haben wir den erwischt? Oder war das einer? Ich glaube, den hat der andere erwischt. So, wo haben wir denn noch welche? Ich sag's euch, gleich kommt einer von hinten und er schießt uns. Da muss schon wieder einer sein. Da war gerade ein Querschläger. Habt ihr es gehört? Da kam ein Querschläger. Ich renne einfach mal rein. So, einfach mal hier rein ins Getümmel. Ich weiß, wir sind Scharfschütze, aber wir wollen auch was von der Action-Lieb bekommen. Nicht wahr? So, wo bist du? Gegner. Oh, da. Dank meiner Vorarbeit. Oh, 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 oh Das ist, äh, sehr ungeschützt, wie ein kaputtes Kondom. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da gerade rede, ich bin sehr angespannt. Ich höre nur Explosionen, ich höre nur Schreie, Tod und Verderben. Oh, da, du kleiner, so, von da kam das doch, oder? Kam das nicht von da eben? Wo bist du? Wo bist du? Da findet eine Schießerei statt. Und da hinten ist ein Panzer, ich will in Deckung gehen, ich will besser in Deckung gehen, sorry. Kann man da irgendwie durch die Kabine schießen? Ich weiß nicht, kann man da irgendwas ausrichten? So, da hinten ist einer. Nein! Ah, komm raus. Nein, oh, warum verziehe ich so? Warum rennen da weg? Nein! Oh Gott, der hat einen Flammenwerfer! Der hat einen Flammenwerfer! Ich wusste nicht mal, dass es einen Flammenwerfer in diesem Spiel gibt. Das ist geil. Ich glaube, da muss man ein bisschen sadistisch für sein. Aber, das ist geil. Gibt mich schon, ne? So, hier, hinten. Uhu. Wir probieren einfach mal irgendwelche Klassen durch. Das wird klasse. Lalalalalalalala. Da hinten war einer. Da hinten war einer. Das habe ich gesehen. So, wir werfen einfach mal was da hin. Und hoffen. Die Glocke läutet. Okay. Wir haben es defused. Das ist, äh, gut. Boah, ey. Matte und nett, so viel Lärm hält man ja im Kopf nicht aus. Boah. Boah. Das war ein ekligstes Geräusch. Ich schätze, wir rennen. Was passiert denn da? Was ist denn das? Da glitscht doch einer hier in der Luft rum. Boah. Was war das? Oh, oh. Lalalala. Da können wir gar nichts ausrichten. Kann man da irgendwas ausrichten? Ich glaube es echt nicht. Ich glaube, wir machen den nur wütend. Wo sind die Gegner? Das ist schade. Oh. Oh. Da sind die Gegner. Geil. Hurra. Ich freue mich. Richtig geil. Richtig geile Aktion. Ja, 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 ja. Bitte mehr davon. So, wir nehmen wieder den Scout. Also nicht den Rucksack, sondern hier den Kämpfer. Und suchen uns den nächsten Gegner. Da ist einer auf dem Pferd. So. Da sieht es ein bisschen gassig aus. Haben wir den nicht erwischt? Okay. Der wurde von unserem Team gespawnt. Ach, Mann. Sorry, aber ich bin echt nicht der Beste darin. Und wenn ich sage Beste, dann, ähm... Oh. Victory. Ja, wir sind im Gewinnerteam. Ich meinte, hey. Ob gewinnen oder verlieren, das ist egal. Hauptsache, man hatte Spaß beim Spielen. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste dabei. Und, ähm... Wer hätte es gedacht, wir sind nicht unter den Top-5-Spielern. Hey! Gucken wir uns mal unseren Squad an. Wir sind ein guter Medic. Best Medic. Wer sagt's denn? Wir sind bester Medic geworden. Wahrscheinlich auch der Einzige im ganzen Game. Äh... Doch eine coole Sache. So, ich will gerade nochmal ins Menü zurückkehren. Wenn das in Ordnung ist. Wenn das den Herren und Damen zurecht ist. Wir schauen eben mal nochmal kurz rein. Hier nochmal das Auge. Mit dem Ladebalken davor. Okay, ähm... So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich schaue nochmal kurz hier. More. Ja, man kann auch nicht viel machen. Oh. Was? Battlefield 1, Battlefield 4, coming soon. Career, coming soon. Watch, coming soon. News, coming soon. Da scheint noch einiges auf uns zuzukommen. Bin ich mal gespannt. Shortcuts, Serverbrowser, Favorite Servers, Options. Ich will hier gerade nur mal kurz alles so reinschauen. Okay. Okay. Battlefield 1-Beater-Dog-Tag. Oh, das können wir uns verdienen. Da gibt's Videos. Pre-order. Auf jeden Fall. Ihr habt's gesehen. Schon mal ein sehr vielversprechendes Spiel. Ich glaub... Ich hol mir nicht oft Ego-Shooter. Aber das reizt mich doch wirklich so ein bisschen. So, play Rush and Rush. Okay. Find a class that fits you. Okay. Die Musik. Musik. Also Leute, das ist ne Musik. Soldier, ich schätze mal, da können wir uns einen eigenen Soldaten zusammenstellen. Das ist jetzt mal meine Theorie. Das sei jetzt einfach mal so in den Raum geschmissen. Da könnt ihr natürlich gegenhetzen, weil ihr es natürlich besser wisst. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Und ähm... Ja. Okay. Ich würde mal sagen, das war's mal wieder für die Runde. Es war eigentlich ne ganz... Okay-Runde. Nicht von meinen Skills her. Ihr wisst. Aber ähm... Es hat Spaß gemacht. Es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Minimal? So minimal? Oder doch ein bisschen mehr? Es hat riesen Spaß gemacht, auf jeden Fall, das Spiel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ladet es euch selbst runter. Lasst es euch selbst runter. Man muss es selbst gespielt haben. Es ist ein geiles Feeling beim Spielen. Vor allem mit Kopfhörern drauf. Ihr fühlt euch wie mittendrin. Ne? Aber. Kein Aber. Hol's euch. Schaut die nächste Folge. Das ist ein Befehl. Nee, natürlich nicht. Aber ich freue mich, dass ihr überhaupt einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Trrrrrr.